So Herr Fuchs, jetzt haben wir darüber gesprochen, ob sich der Maklermarkt lohnt und er lohnt sich anscheinend. Aber die Zeiten haben sich verhindert, wir hatten Corona und so weiter und so fort und die Tarife werden ja auch komplexer. Durch Ihre Erfahrungen, die Sie jetzt gesammelt haben in den letzten zehn Jahren, was würden Sie Stand heute sagen, wie muss ein Makler heute aufgestellt sein, um wirklich erfolgreich zu sein? Ja, ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir sehen natürlich, dass auch unsere Branche sozusagen Nachwuchssorgen hat. Fachkräftemangel, anderes mehr und auch der Beruf des Versicherungsmaklers ist vielen beim ersten Hören jetzt nicht gerade Grund genug, um da mit Begeisterung sich für diesen Berufsweg, sage ich mal, zu entscheiden. Aber er schafft natürlich über eine selbstständige Tätigkeit natürlich auch viel Freiraum, den es gilt zu nutzen. Was braucht man dafür? Sicherlich Ausgangsbasis ist ein fachlich profundes Grund-Know-how und das ist nicht eine Momentaufnahme, die man einmal erwirbt. Die Grundfachausbildung ist natürlich wichtig, aber dann ein permanentes sich Weiterbilden, Weiterentwicklung. Also Weiterbildung ist ganz essentiell. Das Zweite ist natürlich, dass man sich professionell auch mit Geschäftsräumlichkeiten in einem Standort platziert, sage ich mal, wo man auch für eine Zielgruppe, es geht auch um das Thema Spezialisierung, alles für alle machen wird schwer möglich sein. Dafür ist das Feld auch gerade im Gewerbebereich viel zu weit. Wir sehen auch bei jungen Maklern, die jetzt nachkommen, die meisten von denen haben Spezialisierung und sind da sehr gut und haben dann eine klare Differenzierung und schaffen es auch darüber, sich von anderen abzugrenzen. Das Dritte ist sicherlich, wo erreiche ich dann bei dieser Zielgruppe meine Kunden? Und da gilt es natürlich heute, die Klaviatur zu bedienen vom, wir sind ja demografisch in Deutschland nicht mehr gerade die Jüngsten, aber die erfahreneren, älteren Menschen abzuholen über den persönlichen Kontakt und Kunden, aber auch gleichzeitig schon Junge zu erreichen. Dazu gehört dann natürlich neben der professionellen Internetpräsenz, Social Media, also alle Kanäle zu bespielen, wo die Zielgruppe auftaucht, wo sie sich bewegt, damit Kontaktpunkte entstehen. Eine Maklerunternehmung, eine erfolgreiche Maklerunternehmung braucht ja ein Geschäftsmodell, braucht ein Konzept, braucht das entsprechende Know-how und braucht auch entsprechende Dienstleister. Es ist alles schon angesprochen worden, ja, die gibt es heutzutage in den unterschiedlichsten Facetten im Markt, egal ob auf der Versichererseite, ja, in Form von Maklerbetreuern oder Besichtigungen vor Ort, wo Unterstützung angeboten wird, Versicherungssummen, Festlegungen von größeren Risiken, das bieten ja viele Gesellschaften heute an. Oder es gibt Programme im Markt, Gebäudewertermittlungsprogramme. Man muss sich meiner Meinung nach konzentrieren. Man darf sich nicht verzetteln als Maklerunternehmung. Man muss auch gucken, in welchen Regionen man dann tätig ist, in welche Branchen möchte man reingehen. Ja, wer ist als Konkurrent in dieser Region tätig? Ich bin immer wieder erstaunt, dass es auch in bestimmten Regionen durchaus Platz gibt für konkurrierende Maklerunternehmen, die sich relativ wenig die Kunden wegnehmen. Es ist vielleicht auch eine Tendenz da, dass die Kunden, wenn das Vertrauen da ist in ihren Makler, wenn die Zusammenarbeit seit Jahren gut funktioniert, auch dass die gerne bei ihren Maklern bleiben. Haben wir ja auch schon jetzt vorhin darüber gesprochen. Und dass der Makler versucht, für seinen Kunden bei der bestehenden Gesellschaft einen guten Versicherungsschutz sowieso schon zu haben, den weiter auszubauen. Und wenn einem Makler das gelingt, sich dann vielleicht auch mit bestimmten etablierten Gesellschaften, auch da darf er sich nicht verzetteln. Es macht keinen Sinn, dass eine Maklerunternehmung in einer bestimmten Größe mit 30 Kompositgesellschaften zusammenarbeitet. Also das macht keinen Sinn. Das haut betriebswirtschaftlich nicht hin, dass er sich da, sagen wir mal, in Anführungszeichen auf die richtigen Gesellschaften setzen, mit denen zusammenarbeitet. Wir haben ja gerade gehört, die beiden wichtigsten Grundlagen sind logischerweise das vorhandene Know-how. Auf dessen baut sich ja auch auf der Fokus auf die Sparte und dann auch das Produkt. Also man muss seine Zielgruppe wissen. Man muss wissen, in welche Richtung möchte ich mich spezialisieren und da dann auch sich stetig weiterbilden. Und dann auch die korrekten Gesellschaften rausfiltern. Also man hat sich dann ja auf eine bestimmte Sparte beispielsweise oder eine Zielgruppe fokussiert und dann kann man die Gesellschaften vergleichen. Man muss da die Bereitschaft haben, sich weiterzubilden, auch bei den aktuellen Trends den Blick drauf zu haben und die aktuellen Situationen, die einfach insgesamt herrschen und damit gehen zu können, um den Bedarf für den jeweiligen Kunden perfekt optimieren zu können. Und natürlich auch die technischen Services soweit zu bieten, weil ich glaube, jedem ist klar, man möchte, wenn man irgendwas abschließt oder sich mit was beschäftigt, man möchte es einfach haben, man möchte es schnell haben und am liebsten so wenig Eigenaufwand wie möglich. Und das gilt auch für jeden Endkunden, glaube ich, der da draußen irgendwie herrscht. Also keiner von denen hat Lust, sich mit ellenlangen Bedingungsseiten zu beschäftigen. Dafür vertrauen sie ihrem Makler und das Vertrauen muss aber auch mit Kompetenz gegeben sein. Und da ist dann ein Zusatz, den ich dann gebe und das ist, was ich finde, was super wichtig ist, um erfolgreich zu sein und das ist eine gesunde Selbsteinschätzung. Ein Makler sollte wissen, was er kann und wo er das Wissen hat und wo er super unterstützen kann und wo seine Grenzen sind, um eventuell vielleicht andere Partner mit ranzuholen, andere Dienstleister mit ranzuholen. Denn den größten Fehler, den man machen kann, ist sozusagen den Endkunden falsch zu beraten, weil man denkt, okay, ich mache das jetzt, ich sehe da vielleicht gerade großes Geschäft oder ähnliches oder lese mich mal schnell in die Sparte ein. Und das kann auch an die Existenz gehen, wenn es dann nämlich einmal schief läuft und man dann als Makler selbst haftet. Deswegen da die Ergänzung, immer eine gesunde Selbsteinschätzung haben. Ich denke, es ist sehr wichtig, sich zu spezialisieren und dann auch das gesamte Konzept des Startups oder des Unternehmens eigentlich auf die Zielgruppe zuzuschneiden. Und dann ist es vielleicht gar nicht mal so, dass er irgendwie eine große Geschäftsstelle oder Ähnliches braucht. Ich kenne auch Makler, die sind komplett online tätig und das passt dann für die Kunden, die er halt bedient. Dabei ganz wichtig sind natürlich Prozesse, technische Prozesse, manuelle Prozesse natürlich auch. Und dann glaube ich, es ist sinnvoll für einen Makler, wenn er gute Beziehungen zu spezialisierten Versicherungsunternehmen hat und dort probiert, durch gute Prozesse mit dem Versicherungsunternehmen eine Art Alleinstellungsmerkmal für sich zu generieren und für seine Kunden, also beispielsweise aus Schaden. Wir haben spezielle Makler, die kommen dann tatsächlich auf uns zu oder auf die Inter zu, weil sie ein Konzept haben für einen guten Schadenprozess, den sie ihren Kunden bieten wollen. Und wenn wir dann diesen Prozess auch so bieten können und mit dem Makler zusammenbauen, dann kann er das entsprechende Alleinstellungsmerkmal nutzen. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema Das Kompositgeschäft passt sich dem Wandel der Zeit an. Das Kompministgeschäft Das flavour ist ein John Das Komp complaint Vielen Dank.